Was du jetzt hier genau machst, was der Plan ist? Was wir hier machen? Ja, deine Aktivität, deine Rolle, deine Aktivität hier. Hier in Nicaragua oder heute? Heute. Heute, wir wollen einfach mal ein Gespräch mit den Frauen, um zu hören, wie eine Situation ist, was sie an Schwierigkeiten und Belastungen erleben müssen und ein bisschen Vertrauen aufbauen, dass es jemanden gibt, zu dem sie auch kommen können, mit dem sie sprechen können, wenn es ihnen einfach mal zu viel wird, wenn Dinge passieren, die sie mit jemandem besprechen wollen. So, der erste Kontakt hier oben heute. Und wenn es möglich ist, wollen wir auch versuchen, schon das ein oder andere Thema einfach mal genauer anzuschauen, wie sie bisher damit umgegangen sind, was sie brauchen. Und eigenständig und auch zur Zufriedenheit Weitersprobleme oder auch Probleme zu lösen, die ihnen das Leben nicht schwer machen. So ist es. 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 Es grande, es grande. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020